Hey Leute, ich bin's wieder Bjarne von Tennis Point und heute habe ich für euch ein ganz spezielles Video. Und zwar geht es um das perfekte Tennisfeeling für zu Hause. Starten wir als allererstes mit der Tasche und zwar ist das eine Wilson-Tasche in der Roland Garros Edition. Wir haben hier einen enormen großen Stauraum. Wir haben hier vorne zum Beispiel ein Fach, wo man irgendwas zu essen reintun kann oder einen Overgrip, wie ich es zum Beispiel hier auf der anderen Seite gemacht habe. Hier habe ich meinen Overgrip reingepackt. Sehr praktisch. Fangen wir wieder rein. Reißverschluss, sehr hochwertig hier, also an beiden Seiten. So wie war natürlich auch hier der Hauptreißverschluss, wo wir ebenfalls nochmal den Wilson-Schriftzug drauf haben. Machen wir das Ganze mal auf und gucken mal, was dort so alles reinpasst. Ich habe alles drin, Schläger, Tennisoutfit und Bälle. Wir starten als allererstes mit dem Tennisoutfit. Und zwar habe ich hier mein T-Shirt. Natürlich ein Tennispoint-T-Shirt in gelb. Sehr auffällig, das heißt für den Court perfekt. Dann kommen wir zu Bällen, denn Bälle braucht man sowieso. So, ich habe hier die Tennispoint-Premium-Bälle. Ich habe jetzt nur einen dabei, reicht aber oftmals Schläger. Natürlich ist hier enorm viel Platz für Schläger drin. Ich habe jetzt ganze zwei Stück drin. Und zwar einmal zwei Wilson-Clash-Schläger. Einmal hier in dem normalen Design und dann im Roland-Geroß-Design. Und zwar haben wir einen relativ kleinen Schlägerkopf. Trotzdem kriegt man hier eine gute Power raus. Und auch das Beseitungsbild trägt dazu bei, dass man viel Spin produzieren kann. Ist eine relativ weiche Beseitung, dadurch aber für den Court perfekt. Wir haben einen relativ ausgewogenen, ja, leicht kopflastigen Balancepunkt. Der Schläger wirkt, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube so um die 30 Gramm rum. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, was jetzt noch fehlt, ist euer Court für zu Hause. Probieren wir es aus. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das spezielle Video soweit gefallen. Schaut gerne bei uns im Shop vorbei. Dort gibt es noch weitere Geschenkideen, wie ihr schon gesehen habt gerade. Und verliert in dieser ernsten Zeit nicht den Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Advantage U Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.